Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute versuchen wir in Fortnite-Rank mal in jeder Server-Region zu gewinnen. Das heißt, wir fangen beispielsweise in Brasilien an, über Europa und hören dann irgendwo in Asien auf. Zieht euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende rein, es sind in jeder Region geisteskranke Sachen passiert. Ihr werdet das Ganze auf jeden Fall nicht bereuen. Und wenn ihr schon dabei seid, dann tragt auf korrekt mein Creator-Code Wannabe im Itemshop ein. Danke auf jeden Fall an jeden, der es macht. Ich bin mal gespannt, ob wir Bob Donata-Lobby hier zusammenkriegen. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir derzeit in Brasilien haben. Ich gucke jetzt mal nach. Aber bei denen ist es, glaube ich, früher. 16 Uhr, die sind Hardcore am Grinden. Das wird richtig heftig werden. Wir haben bei uns 20 Uhr, bei denen ist es nur um die 16 Uhr. Wenn die Kiddies da nach Hause kommen, die wollen als erstes Fortnite zocken hier. Was ist das denn? Der Battle Bus ist bei mir nicht da. Bei mir auch nicht. Oh mein Gott, was passiert? Doch, da ist er, ganz oben. Leute, ich bin Ego-Perspektive drin. Ey, was passiert hier in Brasilien? Ladies and Gentlemen, wir spielen die Brasilien-Region. Wir haben ja auch leichte Turbulenzen gerade. Ihr seht, 212er Ping. Wir versuchen, den epischen Sieg zu holen, aber ich bin unsichtbar in der Luft gerade. Irgendwas passiert hier gerade. Wir werden heute alles herausfinden. Ich bin ganz hinten gelandet. Oh Gott, ich kann nicht sprinten. Ja, du brauchst auch nicht sprinten, Mann. Die sind gewisse Sachen deaktiviert einfach bei dir. Das ist einfach so. Hallo, was machst du denn hier? Ey, mein Spiel ist so laut. Ich höre gerade gar nichts, ne? Ich muss leiser machen. Das Gute ist, Freunde, es kommen noch heftige Regionen. Das heißt, wir werden noch viel mehr strugglen, wenn wir gleich in Asien sind oder Ozeanen. Ne, ich weiß gar nicht, was da abgehen wird. Ich habe 2,30er Ping hier, ey. Alter, hier ist ja richtig turbulent gerade. Du hast jetzt mal Sendepause hier. Oh, was ist das denn? Okay, er ist tot. Da war Krone dabei gehabt. Als ob der gerade eine Runde gewonnen hätte. Hallo, mein Freund. Ey, der ist voll clever. Was macht der hier? Er ist schon wieder eingebaut. Es hängt voll. Ich bin bei ihm dran. Oh mein Gott, er ist draußen. Junge, was passiert hier gerade? Ich wurde von dem 5 mal eingeboxt. Da kommt ein Auto hochgefahren. Was machen die denn hier? Guck mal die Brasilianer an. Die fahren mit Auto hoch. Oh mein Gott. Die fahren mit Auto hoch. Ich habe ihn. Was macht der denn da? Der hat mich kurz reinkliziert. Das sind gleiche Skins. Oh, er kann sich boxen. Digga, was ist denn seine Mission einfach? Hä? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe einen ab hier. Ich habe genau einen ab hier. Von wegen, ey. Die sind nicht gut hier. Der wirft doch irgendwas. Der ist richtig sauer. Ich fühle es irgendwie, finde ich geil. Ey, Kumpel. Ich bin tot. Ich bin runtergefallen. Nein, aber der hat nichts mehr. Ich schwere, gar nichts mehr. Sehr nice. Ey, man kann das überhaupt gar nicht einschätzen. Der hat irgendwas weggeschossen. Ich fick hier straight runter. Oh mein Gott. Hat mir gefallen. Was war deren Strategie mit dem Auto? Die habe ich irgendwie gar nicht verstanden. Aber der hat einfach komplett mit dem Auto hochfahren. Der hat auf den Roadtwin. Auf Brasilien-Server. In den Popo rein. Der ist hier hinter uns. Hinter dir. Hinter dir. Oh mein Gott. Er wollte sich anschleichen. Der Brasiller. Boah, was bist du denn für einer? Nice. Einer noch. Ja. Ja, hier ist er doch. Babo. Ey, der hat aber einen coolen Skin, Mann. Der hat diesen Lego-Skin. Let's go. Erste Region. Erster Sieg Brasilien. Aber ich muss schon sagen, dafür, dass wir unranked waren, waren die Gegner schon ziemlich gut irgendwie. Das Brasilien-Server geht voll ab. 23 Eliminierung. Epischer Sieg. Es ist... Silber. Silber 2. Sehr gut. Ja. Silber 2. Und 37%. Dann gehen wir raus. Direkt in die nächste Region rein. Und mal gucken, was da abgeht. Alter, hier ist keiner drin. Wir sind mit die Ersten. 20 Leute. 20 Leute nur? Oh mein Gott. Schau dir vor, die Lobby wird jetzt gar nicht voller als das. Ja, super. Du shit ist ihn jetzt schon raus mit dem... Hey, der hat schon gar keinen Bock mehr. Ja, Leute. Ihr seht's am Ping. Wir haben 300er Ping. Wir sind Ozeanien angekommen. Wir haben 78er Lobby. Keine Ahnung, was hier abgeht. Aber man muss sagen, die sind ganz schön frech hier auf jeden Fall. Gott, guck dir den Namen von den Typen an. Mit den 200 IQ da. Ich hab ein bisschen Angst vor dem. Oh, der kommt genau hier hin. Leute, will der kuscheln? Was ist denn deine Mission? Das hängt halt bis zum Geht nicht mehr. Der ist so gut wie tot. Ah, der hat halt alles dabei, ne? Oh, nice. Ich muss ihn direkt kehren. Der geht für dich näher, hat die Münze auch. Ja, ja, ja. Leute, ich will das so geistkrank schwer gerade, ne? Ihr glaubt das nicht. Du hast sechs Bits noch. Oh, die Karte? Du musst auch alles reloaden erst mal. Ja, gut, der haut ab, ne? Der will rebooten, ja, ja. Der will rebooten. Ja, gut, kann er ja gerne versuchen. Ich schnapp mir den jetzt da. Ich hab genug von denen hier. Du musst deine Pump nach reloaden? Ja. Oh, der ist closed. Nice. Deine Mission war gar nicht klar, Mann. Was war das denn? Hä? Wir schaffen das schon. Nach anfänglichen Turbulenzen hier, warum auch immer. Ah, der Ping ist schon geisteskrank. 300 ist... Oh Gott. Alles Giss. Ich zieh durch, oder? Ich schmeiß die alle daneben, ja, ja. Ich komme sogar instant zu dir runter. Ich versuche, mitzuhelfen. Ja, ich habe Peer-Pump-Garn. Alter, der hat mich so gut getroffen, ne? Oh, ich kann nicht gegenbauen. Nicht mit so einem Ping. Naja. Wir sollten das bauen vielleicht wirklich lassen. Aber der hat nichts mehr. Ich habe ihn. Du hast mir eine Pump gegeben mit nur Schuss. Oh Gott. Jetzt? Boah. Er ist direkt oben. Ja, ich sehe es. Überfordert. Ja. Ich komme nicht mehr raus. Ich bin einmal erwischt. Hundert. Nice. Du hast hier komplett weg. Heerschossen dafür, dass es überhaupt nichts geht hier. Boah, der Wagen ist gleich echt übel Damage einfach. Ey, der gibt mir gerade voll. Ich bin mal ausgestiegen. Ja, das ist aufgerecht, sondern hier. Die kommt zu uns, pass auf. Oh, der Keroskin. Ich weiß, was ich tun soll. Ich habe Angst. Hatte geben, Bon. Der eine haut schon ab, der andere haut's ab. Ja, die haben wieder einen Bot dabei. Die verstecken sich vor die. Guck mal, die müssen insauen. Ja. Ah, ich habe den einen Headshot-Snipe. Oh mein Gott. Nein, der Typ hat eine Granate auf mich geschmissen. Kann ich gegenbauen. Der Bot besiegt mich. Ich habe nur den einen gefunden. Der hat einen Headshot-Snipe bekommen. Ja, das schaffen wir, glaube ich. Den kriegen wir noch. Ja. Alter, der baut dich wie Weltmeister-Tschüch. Ich will mal bitte. Lass mal ein bisschen was für uns übrig, Alter. Ist los mit dir? Drüber. Ja, der ist weg. Rechts auch noch irgendwas. Allein das Körbchen. Ja, schon mit dem Netz. Den würde ich jetzt haben. Gut, dass ich mich so fokussend gerade. Danke, Jungs. Oh, nee. Die wollen mich. Ja. Ja, lass jetzt. Die wollen jetzt gerade richtig dich. Oh, ich bin das. Kann ich. Nein, nein, habe ich was geholt, ey. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Ja, das ist dieser 200 IQ. Den meintest du, den das sagst. Du musst irgendwie jetzt von denen weg. Die haben es ja aufgesammelt. Ich würde sogar bleiben, wo du jetzt bist. Nee, haben die nicht. Haben die nicht. Ja, ich kann dich ja richtig. Die Karte. Die Karte bleibt auf einem Ping. Die haben die Peter-Müntel. Oh, hier sind vier Stück gerade, ne? Da liegt sogar Mac Kids. Oh mein Gott. Alle waren weggekommen. Let's go, dass du dich vorbei hier. Oh, oh. Der schießt immer noch auf mich, ne? Die macht aber 50, ne? Das ist die einzige Chance, ey. Ja, nice. Oh mein Gott. Wir sind noch hier wieder weg, aber. Wir müssen ganz nach hinten irgendwo. Ja, ja, ja. Am besten irgendein schlechtes Duo holen. Damit wir wieder Waffen haben. Super Logo. Oh, oh. Am besten noch nicht verhalten. Lassen wir erst ein paar Sachen einstellen. Nee, die hat es gemacht. Obwohl, das sind zwei gegen einen, denn. Ja, aber die anderen kommen jetzt. Die anderen kommen, die anderen kommen, die anderen kommen. Die hinten sind safe, nach irgendwo Waffen wurde durchgekriegt. Lass dir hinterm Baum warten. Ich glaube, hier sind noch Waffen für dich gleich. Wo? Ja, hier auf dem Weg gleich. Oh, der Wagen fährt gerade so schlecht. Hier auf der Tankstelle irgendwo, oder? Stimmt, wir haben da gefeiert gehabt, ne? Hier irgendwo sind safe richtig viele Sachen noch. Er sieht es noch nicht. Ich konnte ihn angreifen. Er weiß es, er weiß es, er weiß es. Oh, der, 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 der. Nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass mich einsammeln. Hast du allein gesammelt? Äh, ja, hier, 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 hier. Weg seinem? Oh Gott, ich spamm gerade einfach nur die Taste, ne? Er ist, äh, neben mir. Oh mein Gott, der ist won, der ist won. Ja? Ja, ja, er ist weiß. Komm, hast du. Ja, leider nicht. Außerhalb der Zone. Let's go. Oh mein Gott. Let's go. Die größten Schwitzer auf Ozeanien einfach besiegt. Bitte sag mir, dass die in Silber, waren die doch viel besser. Also die waren doch viel besser als Silber. Erzähl mir doch nichts. Boah, das ist schon gesweatet. Und das, wir sind gerade mal am Anfang. Es wird noch schlimmer werden. Viel, viel schlimmer. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären schon Gold. Egal, der nächste sind wir Gold. Wie gut ist mich? Du gibst dir die Sniper. Ich hätte schon 7, wir gewinnen das noch. Boah, das war echt heftig. Das war heftig. Aber das war jetzt auch Ozeanien. Das war fast 400er Ping irgendwie. Es kann nur besser werden. Wobei China wird jetzt, Asien wird auch heftig werden. Ja. Da ist ja auch 200, 300er Ping, ne? Ja, 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 ja. Ach scheiße, wir haben nicht Elterns gemacht. Du hättest Elterns müssen. Ja, ja, ja. Egal. Das war mir so wichtig, dass wir einfach nur gewinnen. Oh mein Gott. Leute, guckt euch das bitte an. Wir sind seit 15 Minuten auf der Suche nach einem Match in Asien. Also in der Asienregion. Das Problem ist, die haben da gerade irgendwie zwischen 23 Uhr und ich glaube 6 Uhr morgens oder so. Es zockt anscheinend keiner. Wir werden das hier mal abbrechen. Wir gehen gleich dann auf Asien drauf. Versuchen jetzt erstmal Nordamerika. Nächste Fortnite-Region, Leute. Wir befinden uns jetzt in Nordamerika. Lass mal gucken, was die für Namen haben. Nicht, dass da wieder so einer dabei ist, ey. Ich hab jetzt schon irgendwie voll Angst irgendwie. Sag das bloß nicht. Hat uns Unglück gebracht letztens. Ich hab keinen gesehen bis jetzt, aber das soll nix heißen, Mann. Egal, wir gehen mittig runter. Wir klären den Hasen und wir werden den komplett jetzt den L-Dance drücken. Mir absolut egal. Ey, ich schwör, ich hab voll das Trauma jetzt schon mit diesen Highpings, ne? Boah, lag auch noch. Geil, Mann. Fährt einer schon mit Auto weg? Was stimmt denn nicht mit dem? Ja, dreckst du dir. Jetzt schon. Ja, wahrscheinlich. Ich hab das Gefühl, ich bin gleich tot, ey. Ey, da ist schon wieder ein Lama. Ein amerikanisches Lama. Ey, Kumpel. Ich werf mal kurz was auf dich. Hoffentlich stirbst du. Okay, er lebt noch. Komm ich hier raus? Oh, mein Gott. Er hat mich voll erwischt, einfach. Ehrlichen Minis kannst du direkt nennen. Nice. Ah, ich hab sogar zwei. Der Kumpel hatte welche dabei. Wo war das Lama? Äh, andere Seite. Da drüben? Mhm. Ich glaub ich schon, das ist ganz schnell. Ja. Und wir die Mets. Hier drüben sind auch noch welche. Ach, ich kann's nicht markieren. Auf der anderen Seite. Ich sag dir ehrlich, wie schon wieder mit der Autopumpke an. Das macht gar keinen Sinn, glaub ich, auf andere zu wechseln. Ich bin hier schon wieder so am Ende einfach. Hab gesagt, das wird jetzt einfacher. Ich hab mich komplett gehört. Aber wir haben auch die schlechteste Region ausgewählt. Weil wir werden nicht jeden am Nordamerika-Server hier spielen. Mach dir ja gar keinen Sinn. Es gibt drei, die haben fast denselben Ping. Der Unterschied ist so um die 30. Das ist der Weekend wieder. Ja, schon wieder? Ja, ja. Der hat mich ja eben schon so abgenervt. Komm mal. Leute, ich dachte, der wäre schon tot gewesen. Der andere war ein OG No-Skin. Was so weit? Mhm. Der ist irgendwo da drin gewesen. Da ist der dahinten? Oh mein Gott. Ja, ich hab ihn einmal getroffen. Aber mein Scope geht gar nicht so weit. Guck mal, wie motiviert der schießt. Er hat locker ein Achtervisier drauf oder so. Dead. Der Busch-Typ, der ist voll ekelhaft am Picken, ey. Ja gut, wenn wir jetzt zu zweit drauf gehen, so lässt es eigentlich jetzt Chimichanga geben. Das sieht, glaub ich, übel viel aus. Ah, die haben aber auch die Items, um abzuhauen. Einer dead. Und der andere ist, glaub ich, der, der low ist. Boah, Alter. Es gibt aber auch echt keinen Kommen für die Armen, ey. Hat der denn dabei gehabt? Ah, er hat die AK gehabt. Nice. Das ist Peter Griffin. Er ist schon mal tot. Das war der Peter Griffin, glaub ich, auch aus der Lobby von eben. 116? Nice. Let's go. Das war die Bomb auf Nordamerika hier. Und das mit 170er Ping. Ey, wir wollten noch Duserdance die ganze Zeit machen. Ich hab's nicht einmal gemacht, Mann. Ey, Mann. Ey, nicht mal am Ende. Egal, dann machen wir's in einer anderen Region, ey. Dann wird Asien sehen, was die da vorne haben. Oh, ich bin Gold. Ich müsste jetzt auch Gold sein, oder? Okay, ist schon stabil. Drei Regionen noch. Hä? Wir sind... Ich bin drin. Hä? Ich bin ausgehen. Guck mal, wir alle. Hä? Das Lobby fliegt hier. Leute, ich bin... Ich bin aus. Ja, ich auch, ich auch. Wir sind ja nur 68 Leute, ey. Was passiert hier gerade? Äh, wohin, wohin, wohin? Wollen wir in die Stadt, die Münze? Ey, ich bin grad voll schockiert. Das ist übergeil, Mann. Ich hab auch einen Ausgang-Gleiter. Guck mal, guck mal zurück, hier sind alle. Warte mal, wir kennen die meisten Pickaxe in die AfK sind, oder? Aber guck mal, die Leute kommen wieder rein. Wir waren 68, wir sind 81 auf einmal. Ich schwöre, das hab ich ja noch nie gehabt. Frag mich, ob wir alle dasselbe Skin-Modell sind. Weil ich hab bis jetzt noch Blonde gesehen. Ich hab ich jetzt... Ja, ich auch. Was ist das? Bis jetzt auf jeden Fall entspannt ist das hier. Die ist auch weg. Da ist auch echt jemand noch gelandet. Krass. Wo? Die Peter Griffin ist auch weg. Wow. Jede Münze wurde geholt. Oh mein Gott. Sie sind ja komplett durchgeheizt, ey. Die Seriösität ist ja so ein bisschen raus gewesen, ab dem Moment, wo man gesehen hat, jeder Snowskill und so, aber die schützen da trotzdem drauf. Ich find's geil, irgendwie. Das macht die Runde noch so ernst. Hier, da vorne ist er doch. Peter Griffin, glaub ich, in Gold, oder? Hm. Was ist das so? Hallo da. Hier hinter der Berg ist er, direkt vor uns. Das ist ein Mr. Beast, ist das. Boah. Alter. Ohne Spaß. Ich könnte jetzt sagen, ich hab dem voll den Headdy gedrückt in die Schnauze. Der hat alles. Aber ich hab den maximal auf Brust oder so getroffen. Eher Bauchregion. Er hat einfach mythischer, ja, mythischer Pump. Warte mal, hier ist noch ne Münze. Da drüben. Komm, wir fallen den hinterher. Ja, die kommen, glaub ich, von alleine, ne? Oh, warte, da kommt noch einer angeflogen. Warte mal, müsste der Beast wohl auch kein Dose geben. Und Nut, hab ihn. Nice. Ja, jetzt schießen die anderen auf. Der hat auch einen Skin, der hat auch einen Skin, ja. Gott plus. Lassen wir wieder zwei Nose-Gins. Hast du beide hier? Nein. Geil. Ist tot. Da liegt die mythischer Pump, ne? In Gold. Ja, ja, aber die kämpft mehr da drauf. Guck mal, du siehst vorne den Vor... Oh, die kommen auf dich sogar. Ja, okay. Das hat sich grad... Mit dem Raismat hat sich grad komplett erlesigt. Da sind wir so weit von weg, wie ich von dem epischen Sieg jetzt hier gerade. Du könntest mit dem Gold sogar vielleicht noch auftränken, ne? Ah, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Ja, aber nicht schnell genug. Ja. Ah, die werden jetzt geiern. Ja, ich komm bei dir fast runter und dann... Die Frage, ob du jetzt in den... Hast du genug Gold? Nein, 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 geh weg da. Ah, die fighten auf der anderen Seite noch. Die sind schwerst beschäftigt gerade. Ich glaub nur, die sind auf der linken Seite, nicht auf der rechten Seite. Wir müssen erstmal insohn. Lass uns für insohn konzentrieren. Wenn wir jetzt erst das High haben, dann können wir direkt... Ja. Du wirst in die falsche Richtung. Ja, ich wollt die Küsse noch holen. Boah, Alter, der hat grad so Schwitzelei hat der. Der ist hinten drin. Der hat nix mehr. Der ist komplett außerhalb der Zone. Okay, ist wieder oben. Wenn der jetzt alle vier hat, ist es natürlich dann trotzdem... Nee, ich hab sie. Ich hab drei. Okay. Let's go. Oh mein Gott. Ich schwör's, das war das anstrengendste auf jeden Fall von allen Sachen, die jetzt irgendwie... Warum auch immer. Das war fast schwieriger. Wobei, ich würd sagen, gleich wäre mit... Was hat er davor gemacht? Brasilien? Das war gleich auch mit Ozeanen, den war das, glaub ich. Ozeanen, genau. Oh mein Gott. Das wird wirklich immer schlimmer, ey. Wo enden wir? Nur ein Rank ab. Gold zwei. Ja, okay, fast zur Hälfte. Warte, war mir nicht grad Silber? Nee, nee, nee. Wir waren schon Gold. 23 Kills, ey. Oh mein Gott. Das ist jetzt dein Terror, ne? Wir sind Europa-Region angekommen, Freunde. Ihr seht's am Ping. 45. Wobei, der ist gar nicht so gut bei mir irgendwie. Der könnte noch ein bisschen lower sein. 30 gerade. Aber ich wette jetzt drauf. Zeus wird jetzt 30er-Bomb machen. Spaß. Und wir werden 30 Kills zusammen haben. Oder 25. Oder 17. Nein, Spaß. Mindestens über 20. Ansonsten liebe ich. Ach, wenn wir die Server-Region wechseln, hat man kein Gold mehr. Kann's sein? Ich hab null Gold wieder. Ich hab 500 immer noch. Hä? Warum hab ich immer null? Ja, der ist vor mir. Das ist der Genackte. Oh, ich treffe mich. Oh mein Gott, das war geil, ey. Danke, bei dir ist es halt nicht, dass du jeden halt nur so wegfährst, sodass es so eine Sache für sich, sondern die Übersicht finde ich teilweise gespenstig, ey. Das war, weil es war die ganzen Gegner sind. Also ich glaube, die Leute würden weniger sagen, dass du ein Board hast. Sie würden mir ja sagen, dass du Warlack anst. Loil, da wird dann rebooted. Oh ja, lass den, lass den, lass den. Na, okay. Der hat sich ja im Big Shit, komm mal. Loil, der hat sich ja zugebaut. Der Arme hat nix mehr. Let's go, auch ein Kill für mich. In der Luft. Oh mein Gott. Der Arme. Aber das war schon ein bisschen lost gerade irgendwie. Wie peinlich wäre, wenn jetzt EU einfach die Losten hier wären, ey. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden würde. Ich spiele ja selber EU. Das wäre schon ein Aua. Das wäre echt Eigentor jetzt so. Also bis jetzt auf jeden Fall die Schwächsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, treffe... Noch mehr Schuss. Quid. Alter. Und der jetzt... Oh, er kommt auch noch auf mich drauf. Hab ich hier irgendwie die Lotterie gewonnen? Ach, der will sich hier. Der ist hier drin. Er hat nix mehr. Quid. Der wird abfahren. Alter. Der war schon weg, einfach. Okay, jetzt ist nur ein schnelles Auto. Die Münze ist weg, nice. Das heißt, er ist durch. Oh mein Gott. Da sind zwei Leute am Chillen. Wem stirbst du jetzt, Mann? Ich bin voll Banterfutter in dieser Runde. Wie viel ich hier eingesteckt habe. Da war der Eldons. Ups. Einfach auf jedem Server ist das so. Die hatten doch genug hier, glaube ich, dabei. Ja, voll geil, dass die da lauern, einfach. Ich hab das auch null mitbekommen. Ja, ich hab's auch erst gemeint, als ich einen Schusser bekommen hab. Pass auf, da sind auch noch welche. Nicht, dass die dich jetzt weg snipen. Hab beide. Alter. Ja, da sind noch Gegner. Alter, ich werd schon wieder von irgendwo random angesnipet. Es bockt doch einfach nicht. Was geht hier ab hinter mir? Ich schwöre, der ganze Server will mich einfach... Guck mal, der ist bei dir. Die schießen immer noch nur auf mich. Jetzt hab ich auch... Ich schwöre, ich hab die schnauze voll hier. Was ist das mit dem Server? Als ob du unsichtbar bist. Guck mal, da sind noch welche. Das war der Typ, der eben auf mich geschossen hat. Der muss... Ja, die sind recht close hier bei mir. Guck mal, er hat in seinen Kopf geschossen. Weil er schon auf mich linzt einfach wieder. Ich glaub, ich werd hier bescheuert, Mann. Die wollen alle mich haben. Ich hab doch gar nichts gemacht. Er holt ihn jetzt, glaub ich, wieder. Der ist ja Profi hier. Ja, der will ihn wiederholen. Ach komm, der ist One-Shot. Aber ich bin halt dauergeliefert hier einfach. Oh mein Gott. Ich schwöre, das werd ich niemals vergessen hier. Das ist so ekelhaft einfach. Ah, der ist oben, 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 oben. Die chillen da schon. Hab ihn erwischt. One-Shot, gefühlt, Two-Shot. Ich wär dazu die Spitzhacke verdient gehabt. Oh, Stein, 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 Stein. Ja, nein, nein, nein. Alter. Ja, jetzt haben wir... Ich hab vier Münzen, du hast eine, ne? Oder fünf Münzen. Das ist echt schon wieder fünf. Das geht ja einfach als normalen Runden. Ach so knapp, du musst jetzt alle killen, ey. Ja. Und zwar vollstes Vertrauen in dich. Aber Glück ist halt launig. Alter, wie ekelhaft ist er denn bitte? Oh mein Gott, er ist in der Ecke einfach. Ich führe das gerade so dein Ding hier. Ich sehe das gerade einfach. Der hat schon zwei, drei down. Alter, das lebt noch zwei. Es kann jetzt genau passen. Ne, einer lebt nur noch. Schade, ich sag ja. Ja, warte, dann können wir die Rebooten lassen. Der ist hier vorne. Lass ihn rebooten. Er macht das auch noch. Komm, wir gehen schon die weg. Er sitzt da, er sitzt da. Ja, aber er macht's nicht. Nein, er macht's nicht. Geh weg, ja bitte. Geh weg, ja bitte. Geh weg, ja bitte. Geh weg, ja bitte. Das wäre so ein Ehrein, wenn man das macht. Er hat doch genug Zeit dafür eigentlich. Ich gebe ihm hier, ich gebe ihm Medikid. Er hat Medikid genommen. Er soll jetzt in die Zone reinkommen. Wenn wir ihn dazu kriegen, dass er ihn wiederbelebt, kannst du es wirklich schaffen. Geh weg, ja. Warte, ich guck auf, hier hinten ist ein Reboot bei mir in der Stadt. Oh mein Gott. Warte mal, nee, da geht nicht mehr. Aber hier hinten geht's. Er kann nicht echt noch. Er hat das Medikid. Ich hab Angst, dass er stirbt irgendwie. Zone ist so weit weg. Nein, er muss nicht mehr Kit gönnen. Ja, ich hab ihm eins gegeben. Meins hat er. Er kann sogar Reboot. Er macht einfach. Und dann wirst du beide einfach wegklotzen. Lass ihn Reboot, schnell, schnell, schnell. Oh Gott. Er hat doch Zeit. Wo ist das denn hier? Beim Flughafen? Hier hinten, ja, ja. Hör mal. Soll ich mir noch eine Waffe geben? Ja, nein, nein, nein. Lass ihn. Ja, hol ihn doch. Er hat die Karte nicht. Oh. Nein. Have we won in one. Have we won in one. Okay, okay, okay. Okay, ich guck zu. Oh mein Gott. Das hätte er nicht machen sollen. Das hätte er lieber nicht machen sollen. Holy moly. Das ist auf EU-Servern. Aber korrekt. Sehr, sehr korrekt. Auf jeden Fall von beiden Seiten. Er hat sogar Highground. Oha. Ist er besser als du, oder was? Coolbox. Oh Gott. Willst du versuchen, ihn zu pickaxen? Ja. Nein, er fliegt. Er fliegt. Oh mein Gott. Und das auf EU-Servern. Ey, man kriegt hier wirklich was geboten. Das wäre echt geisteskrank. 29 Kills am Ende. Es wären 30 geworden. Der Typ hatte die Reboot-Karte nicht. Macht aber am Ende einfach eins. Er ist geisteskrank, Mann. Super geisteskrank. Holy moly, Mann. Level up. Ja, hätte mich auch gewundert bei 29 Kills, ne? Wir sind jetzt Gold 3 gekommen. Mit 5 Matches. Jedes Match gewonnen. Einfach hintereinander. Ladies and Gentlemen. Wir sind in Asien angekommen. Warum das geil ist? Die haben Zeitunterschiede von bis zu 7 Stunden da einfach. Die Leute in Tokio zum Beispiel haben jetzt gerade 22 Uhr. Jetzt muss ich nochmal auf mein Handy drauf gucken. Da gab es Leute, die in Bagdad zum Beispiel wohnen. Die haben gerade erst 16 Uhr. Und wir hier haben nicht mal 14 Uhr. Voll geisteskrank. Ich liebe die Welt einfach. Aha. Hä, wo kommt der denn her? War ja komplett aufgestoppt, ja? Hä, ob welche Missionen war der denn unterwegs? Ja, die sind hier close. Der weiß es schon, der weiß es schon, der weiß es schon, der weiß es schon. Der guckt schon, der guckt schon. Weil er ein Bot gesehen hat. Aber ich glaube, der hat auch die Sip line gehört. 20, ne? Woher? Ja, ich komme zurück. Schick auch diese leckeren 120. Wir können wieder runter, wir können wieder runter. Ja, der ist hier unten an der Ecke recht. Bisschen weiter weg, der ist. Bereit beim Reboot. Oder eines über mir. Oh, ich bin gut getroffen. Der ist super low. Der rechte. Es ist so dumm zu bauen, Alter. Out up. Der ist one shot, der ist one shot. Der ist hinter dem Wander. Der ist komplett one shot. 120. Jetzt zahlen sie beide ab. Nein, 20 weit, 40 weit. Oh, egal, wir fahren hinterher. Oh, der hat es wieder gut HP. Der hat gut HP wieder. Also dafür, dass die weggefahren sind beim Auto. Der eine hat sich giert, der andere nicht. Oh, hier ist einer. Oh mein Gott, die sind Busch vor mir. Die sind im Busch vor mir. Ich habe einen so gecrackt einfach. Der hat über 80 weniger. Ich habe dich zugemacht. Der andere ist auch so gut wie down. Der hat noch 25 oder so. Äh, 27 weit. Jetzt habe ich ihn. Nice. Der andere ist aber noch da. Der müsste oben sein. Ja, ganz oben. Der gänzt sich. Wieder cracked jetzt. Alter, nice. Oh mein Gott. Was passiert hier gerade? Ich fahre, das war unheimlich, dass der Bord gerade so über die Straße hier läuft. Wenn einer kassiert, müsste er eigentlich eher richtig ins Gesicht kriegen. Boah, der hat auch richtig viel weniger. Der hat 80, 90 weniger. Der schießt einfach towerhaft. Ich kann mich nicht konzentrieren, was er da macht. Ah, wir wiederholen. Der letzte ist unter dir. Da, wo will er hin? Let's go, final endlich. Meine Güte, ey. Wir haben fünf oder sechs Anläufe gebraucht. Ich glaube, ich übertrieben. Vier oder so. Bis wir am Ende wirklich die Asien-Server geschafft haben. Das ist die heftigste Region hier. Man muss aber auch dazu sagen, wir sind mittlerweile Platin 2 oder so. Jetzt Platin 3. Ja. Also die Gegner werden natürlich auch besser am Ende des Tages. Oh mein Gott, so eine Gedugtuung. Wir haben es geschafft, alle Serverregionen einfach einmal mindestens zu gewinnen. Und das im Rank-Modus. Wenn euch das Video gefallen hat, das auf jeden Fall kostenlos. Like und ein Abo da. Checkt Toys irgendwie ab. Du hast immer noch keine Social Media, ne? Ich hab TikTok gearbeitet. Mach ich nichts. Okay. Tragt meinen Creator-Code ein und dann hören wir uns im nächsten Video wieder.